Hallo zusammen, herzlich willkommen bei Age of Darkness. Oh, einmal da oben. Nehmen wir schon mal Tag 15 und es schaut nicht einmal so schlecht aus. Geld ist ein bisschen der Problemfaktor, aber mal gucken, was wir da oben hier besiegen können. Vielleicht hilft es uns ja, vielleicht hilft es uns ja. Ähm, haben wir da noch welche übrig? Wir haben noch ein paar übrig. Okay, das passt. Nach da drüben angreifen. 300, 300 ist gut, das ist sogar sehr gut. Wir können das nicht upgraden, aber wir können hier upgraden. Find Workshop wäre der nächste, aber erst mal ein paar bessere Mauern. Drei Stück kriegen wir oben rein. Mh, Mauern sind wir gerade wichtiger. Wie haben wir das zu? Mauern sind wir gerade wirklich wichtiger an der Stelle. So, da schneiden wir die Welt. Bevor wir dann sagen, wir brauchen uns ein paar neue Einheiten zulegen. Hallöchen, aber auch das Ding ist überrennt. Das Ding ist wahrlich überrennt. Nein, aber schon, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, deswegen gucke ich ja gerade, dass ich schnell mich hier durchkomme, aber ich glaube, dem wird nicht so sein. Ganz und gar nicht sogar. Okay, nächsten 300, das passt soweit. Steine haben wir auch, das haben wir auch. Upgraden hier, 800. Eisen sogar noch. Ich weiß nicht mehr, wo ich eine Eisenmine herbekommen habe. Ich habe, ich habe so ein Feld noch gar nicht gesehen diesbezüglich. Vielleicht ist es das hier. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Sind wir jetzt oder basta? Nein. Das ist netter. Aber wir könnten vielleicht direkt ein paar neue Häuser so hinbauen. Ja, dass wir gleich eine ganze Ladung an neuen Truppen haben und ein bisschen mehr Geld oder einfach alles ein bisschen abgelden können. Da sage ich schon mal nicht nein dazu. Neue, oi, oi, oi. Zuck, zuck, zuck. Ich würde gerade sagen. Gehe den noch hier hin und dann mal noch dorthin. Das eine Ding möchte ich noch rausfinden, was das ist. Wenn das möglich ist, möchte ich das noch rausfinden. Und natürlich in der Zwischenzeit Einheiten. Weil wenn das für den Spawn zuständig ist. Ich glaube, wir haben gerade einen Soldaten verloren. Hier, haben wir. Okay. Ein Soldat ist weg vom Fenster. Au, au, au. Ein Elite ist gespawnt. Ähm, ungünstig. Nein, 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 nein. Aber wir bekommen dafür einiges an Belohnung, wenn wir den ins Körpers bekommen könnten. Au, au, au. Ich muss immer gerade ein bisschen nachgucken, welchen ich jetzt gerade zurückziehen muss. Weil der zum Beispiel ist... Ziemlich hinüber. Du bist auch ziemlich hinüber. Weg mit dir, weg mit dir, weg mit dir. Du bist der Nächste. Ja, du bist sowas mal der Nächste. Okay, du bist auch gleich weg. Okay, und mein älter Welner, süß mal speed up the process. Okay, man kann ihn wiederbeleben. Aber ich habe keine Essenzen oder sonst irgendwas. Okay, vergiss es, vergiss es. Ohne meinen Helden. Ohne mich. Ohne Helden, ohne mich. So, wunderbar. Der ist jetzt ein bisschen ungünstig gelaufen. Ein bisschen arg ungünstig sogar. 800. Ah, ja schön, ja schön, aber können wir nicht machen. Das können wir schon mal nicht machen. Äh, Licht haben wir überall, Licht haben wir überall. Türmchen haben wir jetzt auch überall? Ja, kommen wir auch überall. Dann sagen wir, wir brauchen Storage House. Das habe ich mal gesagt, das ist mir noch wichtig. Wenn ich auch gar nicht weiß, wo ich es hinstellen soll. Ah, hier darf ich es mir bauen. War es zu weit? Ah, du hast Angst, wie es ausschaut. Yeah, du hast Angst vor dem Ganzen. Du hast Angst. Ah, unschön. Dabei hätte er schon so wenig gehabt. Aber man kann nichts machen. In der Stelle kann man echt nichts machen. Können wir sonst noch ihm was Gutes tun? Ihr habt noch eine fette Farm hingestellt irgendwie. Ah, es ist nicht der optimalste Platz, aber besser ist es nirgendwo hinstellen zu können. Soldaten trainieren. Hier habe ich wieder rum. Puh, ich meine, sie sind... Sie sind ja gar nicht mal so schlecht. Was ist denn, was ich jetzt sagen würde, theoretisch? Du sollst... Oh, ja. Da kommt man da hin. Er kommt da rüber hin. Und er haltet sich wieder hoch. Oh, 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 oh. Ich würde sagen, Hallöchen, könntest du bitte... Wir haben den hier kaputt machen. Passt. Komm mal her, Edith. Komm mal her. Der hält ziemlich viel aus. Der hält richtig viel aus. Okay, wir haben hier genug Essen. Das heißt, wir könnten unser Dorf sogar hier erweitern. Dort erweitern. Das passt sogar noch mehr eigentlich. Warum geht das? Das ist nicht wegen Nahrung. Okay, gut. Und die brauchen ja immer Nahrung, oder? Die brauchen nur Bevölkerung. Das wäre schon mal etwas. Kann man euch upgraden, kann man auch machen. Genauso wie die Tore. Machen wir. Upgraden klingt immer gut. So, und ihr kommt direkt schon mal hier raus wieder. Während ich mit denen ein bisschen... Katze Maus mache. Ja, den werde ich jetzt nicht kaputt bekommen die Nacht über. Oh, schade. Schade muss man an der Stelle wirklich sagen. Ja, ich habe nicht genug von diesem dunklen Materium, ihn zurückzuholen. Ne, beim nächsten Mal. Vielleicht beim nächsten Mal. Okay, wir haben ja jetzt hier genug, haben wir gesagt gehabt. Das heißt, ich müsste eigentlich das Gebiet hier zum Beispiel erobern. Das wäre noch eine Sache, oder... Oder, 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 oder... Sag, du kommst weg. Und... Okay, so brauchen wir jetzt nicht. Okay, 27 ist das Höchste, was ich bekommen kann. Lassen wir uns sehen. Und nochmal einen Bogenschützen an der Stelle. Ich meine, alleine können die angreifen. Alleine sind sie genug. Weil ich gerne den Helden eigentlich dabei hätte. Einfach nur wegen... Sagt es mir... Kann ich dieses gar nicht angreifen? Merkwürdig. Jetzt merkwürdig sogar. Okay, dann müssen wir was anderes machen. Dann müssen wir etwas anderes machen. Wir brauchen ja Bauplatz eigentlich. Das heißt, wenn wir das hier abschnüren würden, könnten wir hier, hier und hier überall hinbauen. Also machen wir das auch. Also machen wir das auch mal. Noch zu wenig Archer, so wie es ausschaut. Nur mal eins rein und auch noch mal einen rein. Das sieht gut aus. Das sieht sogar sehr gut aus. So, wir haben Geld. Das heißt, wir können sagen, bauen wir doch mal quasi hier und vorhin. Mit Mauer so rum. Und mit Mauer so rum. Und weil ich es ja immer so gerne mache, machen wir noch quasi eine Doppelvariante aus dem Teil. Damit wir ja... Auch glücklich sind mit dem, was wir hier haben. Und was wir noch machen müssen, wäre hier auf jeden Fall einmal... Ich glaube, ich habe wieder einen zurückgeholt. Ich habe wieder einen zurückgeholt, ja. Ein Lichttürmchen hinstellen. Wenn wir hier ein, hier, ne? Aber hier noch mal eins zu haben, wäre, glaube ich, nichts verkehrteste. Ah, das hätte was für sich. Ihr seid bereit, bewegen komplett. Wunderbar. Ich brauche noch ein bisschen mehr. Nur ein bisschen. Nicht ab, ich glaube, ein bisschen. Upgrade complete? Ah, Nahrungsmittel. Die guten, guten Nahrungsmittel. 400. Dich upgraden. Und dann sagen wir, hey... Dort rum. Und es fehlt jetzt nur noch. Aber... Passt dann einfach. Ich wollte gerade sagen, habe ich ihn aber auch. Gibt es da hinten überhaupt einen Weg durch, oder nicht? Anscheinend ja. Ziemlich eng ist, stelle ich fest. Der ist ziemlich eng. Okay, das heißt, wenn er wieder da wäre, theoretisch, könnte man nach da hinten vorstoßen. Das wäre noch eine schöne Sache. Ähm, Lichtchen? Am besten quasi... Da ist die Frage mit den Upgrades. Ähm, dorthin? Ich bin eher an der Mauer, umso glücklicher. Und dann müsste man es hier anstellen, damit wir da noch ein, zwei Plätze frei haben für... Kann ich auch nicht, weil ich gar nicht anders sagen. Wunderbar. Hätte man das hier auch schon mal eingebaut? Das heißt, wir bräuchten wirklich nur noch mehr Material und noch mehr von dem hier. 18 haben wir auch hier. Die Truppen haben wir hier. Du kommst mit nach da drüben hin. Jepp, sowas von. Haben wir noch etwas, um uns gerade besser zu fühlen. 1040, jepp, ist die Frage nach dem Eisen. Außer, das könnte was sein. Hm. Schaut mir nicht nach Eisen aus. Ah, je nachdem, was wir drüber haben. Okay, das müssen wir mal angucken. Müssen wir uns schicker mal angucken dann. 37 Sekunden noch. Eieiei, ist noch zu lange. Das ist noch viel zu lange. 18 Steine. Stimmt, 18 Steine. Da war ja noch was. Das können wir nur hinbauen. Das haben wir auch nicht weiter geguckt. Ja, die Ressourcen sind halt einfach nicht so nah, wie ich sie gerne hätte. Definitiv nicht so nah, wie ich es gerne hätte. Wir wollten das noch haben. Genau, haben wir hier umgebaut. Upgrade ist mit Steinen dann möglich. Okay. Eins bräuchte man noch. Ach, dankeschön. Es geht nichts über ein Feuer. Hallöchen aber auch. Hier scheint alle hässlich zu sein. Diesbezüglich. Oh, dankeschön. Komm mit. Komm mit. Ich brauche mir jetzt nämlich... Die, ich brauche mir nämlich sowas von an der Stelle. Genauso wie wir hier auf jeden Fall... ...ein, zwei Türmchen brauchen. Aber ich weiß noch nicht, in welche Richtung der Gegner angreifen wird. Aber ich bin mir sicher, es wird in einer bösen Ecke sein. Die mir nicht gefallen wird. So, ab nach hinten. Hütchen können wir bauen, das bringt mir nichts, das bringt mir nichts. Das bringt mir nichts. Oh, bisschen Geld. Okay, das ist gut. Okay, das ist mir jetzt gut. 500. Yep. Für Ballistentower, das wäre noch schön. Aber Refined Workshop machen wir jetzt mal. So, du gehst nach da vorne. Du brauchst Level. Du brauchst Level wie der andere auch. Und Attacke. Schlagt euch durch, weil ich glaube nämlich, hier habe ich soeben Eisen gefunden. Yep, das ist Eisen. Das ist sowas von Eisen. Und noch neue Objekte wieder gefunden. Ich glaube, ich spreng. So viele interessante Sachen, die das Leben schöner machen. Ähm, dann würde ich doch sagen... Bau mir... Ach so, kann ich nicht. Mist. Kann ich hier nicht hinbauen. Unschön, ganz, ganz unschön sogar. Das sind so 100. Ähm, warum wir vom... Also war es ein Workshop. Ja, für den könnten wir jetzt noch... Wir haben noch kein Eisen. Also macht es keinen Sinn zu warten. Es macht keinen Sinn zu warten. Also können wir auch... Schierger sagen... Wir bauen uns hier noch ein bisschen was auf. Ein bisschen was von allem. So, zeigt, was in euch steckt. Nein, es ist approaching. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Aber ich möchte noch so viel möglich wegmachen. Die sind nämlich echt... Oh, oh. Wir zwei. Zeug, zeug, zeug. Auf der meisten Schiss. Also werdet ihr am meisten zurückbleiben. 450 Gold. Dankeschön dafür. Nur gerade sagen. Ihr geht jetzt mal zurück. Ihr geht mal zurück. Das ist ein bisschen... Ein bisschen arg böse, was ihr gerade versucht hier anzustellen. Halt, du. Nach hinten, du nach hinten, du nach hinten, du nach hinten. Aufgrade complete. Au. Okay, besser, wesentlich besser. Okay, du bist wieder gespawnt. Ganz, ganz unschön. Du wirst nämlich einiges aus. Du wirst wirklich einiges aus. Haben wir noch jemanden übrig? Nein, haben wir gerade nicht. Macht aber auch nichts. So, erstmal hier. Ich brauche Licht. Dankeschön. Und wenn wir das haben, dann benötigen wir auch erstmal hier ein Gate. Mit auf jeden Fall ein Notfalltürmchen. Man weiß ja nie, für was man es brauchen könnte. Zack, hergebaut. So, nachdem wir das Ganze jetzt haben, seid ihr bereit? Dann sagen wir nämlich, ihr zwei. Koppelt euch ab und geht da rüber. Während ich hier ein nächstes Ding hinbaue. Das Feld haben wir für uns genommen. Ja, auf jeden Fall. Der nächste Forschung ist auch fertig. Der nächste Forschung ist fertig. ist, wir können aber hier schon mal äh, 28. Ja, mit 28 hier arbeiten. Mehr geht nicht, passt aber auch. Wir haben noch welche. Wir haben da noch zwei Stück. Her damit. Ich meine, ihn anzugreifen wäre jetzt auch eine interessante Sache, gebe ich ganz offen und ehrlich zu. Das wäre mehr als interessant, aber ich glaube, da warten wir noch eine Nacht ab. Ernichte Lecumona war da. Das sollte ja im Bereich des Möglichen sein. Er braucht noch ein bisschen, das macht nichts. E-Boys. 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 Okay, wie schaut's denn hier aus? Die Mauer ist, pff, ja, einseitig. Definitiv nicht, dass wir sich haben, möchte ich auf Dauer. Das schaut schon mal etwas besser aus. 400, das heißt, dann sind wir bei 800, bei 900, das ist auch in Ordnung. Sachen anzünden, äh, nein. Nein, 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 das müssen wir definitiv nicht machen. Noch ein paar weitere holen, aber schon. Proceed mit Purpose. Euch geht's ein, soweit wieder gut, oder? Euch geht's ein, wieder gut. Verstehe nicht, der Schäufer der Erde. Wollte was sagen? Der Held kann ja mal kurz ein bisschen hier rumklöppeln. Mal gucken, was passiert. Mitangreifen, mitangreifen. Ihr werdet auch auf jeden Fall in der Lage sein, die bei uns fertig zu machen. Jepp. Die Schneise ist schon mal geschlagen und Attacke. Müssten wir so kaputt bekommen, auf jeden Fall. Ich würde gerade sagen, macht sie vorhin fertig. 1918, das ist definitiv eine gute Hausnummer. Eine richtig gute Hausnummer sogar. Also können wir nicht den Workshop hier bauen. Deutsch hatten wir glaube ich schon mal, Deutsch hatten wir schon mal. Um die nichts bessere Farm zu machen. Das ist jetzt nämlich gerade mein Ziel eigentlich. Oh, ungünstig. Ich würde jetzt nicht gerechnet sagen. Au. Weg, weg, weg. Okay, wie denn? Wie denn? Wie denn? Komm schon, komm schon, komm schon. Okay, tausend Hammer. Tausend ist wunderbar. 25. Ah, wir brauchen immer noch. Wo wir reisen müssen. Okay, dafür haben wir den Quill. Den haben wir hier. Den besseren. Wie man kann es auch oben draufsetzen, so wie es ausschaut. Wenn es den gleichen Effekt hat, warum, ne? Dann geht ihr nämlich jetzt mal hier runter und guckt, was ihr hier noch angreifen könnt. 1100. Das ist halt schon eine Hausnummer, ja. Das ist eine ordentliche Hausnummer. Einmal den hier machen. Und, ähm, pam, 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 pam. Die brauchen nicht so viel sehen. Das ist auch soweit in Ordnung. Passt. Wird mehr Nahrung eigentlich. Ja, die geht kaum. Den bekommen wir. Bei go. Mit einem Schlag niedergerissen. So nicht erst wünsche ich mir, dass. Genauso wie hier einfach nur das ganze Meer an Gegnern niederweizen. Dass wir quasi hier abschließen können und sagen können, das Gebiet gehört einfach jetzt uns. Und gut ist. Ja, was kommt? Dieses Gebiet ist unser. Und dazu sagen wir noch, hey. Macht mir doch hier bitte auch ein Leuchtfäuerchen nennen. Ist natürlich noch wesentlich besser, aber man kann ja nicht Eis haben. Man kann ja nicht Eis haben. Ah, die werden gerade auch nicht angegangen. Gebe ich zu. Gebe ich zu. Oh, den hält mir nach vorne. Passt soweit. Passt soweit. 1024, dann haben wir zumindest mal ein Eisenfeld. Ah, besser als nix. Aber das wird ziemlich lange dauern, würde ich mal behaupten, bis das mal aktiv sein wird. 30. Bauen wir es hier hin. Und eventuell nochmal eins. Nein, eins reicht aus. Eins reicht in dem Fall wirklich aus. Ja, dann müssen wir hier noch nach Verteidigung gucken. Braces und alles, tun wir dran. Natürlich auch bloß, wenn wir sind mit dem Angreifen. Hier, weit angreift. Du machst mit, du machst das auch mit. So, immer die, die ein bisschen angeschlagen sind, gehen zurück. Okay, das ist wieder ein offenes Feld. Das heißt, wir können es hier mal zurückziehen und sagen, äh, ihr kreift hier noch an. Ihr kreift das Ding hier noch an. Ansonsten sind die Stein, nehmen wir erst mal ein normales Tor hier hin. Quasi so. Und so hin. Und dann sagen wir, baue dich hier runter. Hier runter hin. Und die sind... Und die sind... Äh, muss ich kurz warten, wie es ausschaut. Und dann einfach Bogenschütze noch oben drauf klatschen können. Sag ich auch nicht nein dazu. Die quasi dann Dauerschießen. Dann habe ich nämlich weniger zu tun. Oh, 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 oh. No, 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 no. So, bitte zurückgehen. Dankeschön. Upgrade complete. Das heißt, die besten Türme sind jetzt auch fertig geworden. Jepp. Das heißt, wir können noch ein neues Upgrade starten eigentlich. Das ist... Ja, was ist das hier? Basisken-Türme. Nehmen wir so mit. Nehmen wir so mit. Und... Zwei Arches können wir ne Bauer. So, wunderbar. Dann Mauer zur Verteidigung. Einmal... So hin. Ah, kein Gold mehr, okay. Kein Gold mehr, das kann natürlich gut passieren. Heißt, wir müssten auch auf der anderen Seite irgendwo... Habe ich da hinten noch was bekommen können? Und hier draußen, das müssen wir uns nämlich auch noch alles aneignen. Dies ja so groß wie möglich zu bauen. Um auch wunderbar zack, 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 hier alles zu bauen. So stark wie möglich zu sein. Dich hier hingestellt und... Dich... Dorthin gestellt. Das sieht recht gut aus. Ich stehe nach dem Abysse. So, das heißt... Ich bin bereit. Eins, zwei... Drei... Und vier. Ihr bleibt hier. Ihr bleibt hier. Während der Rest von euch... Nach da... Hinten geht ihr. Schon ein bisschen Angst hat, aber zum Glück kann man hier was... Eine kleine Fackel. Eine Fackel, nein, kann niemand verwehren. Wir haben 100... Wir haben schon wieder 100 Steine. Wow, okay, okay, Moment. Na ja, braucht alles Gold zum Upgraden. Können wir leider nicht einfach so machen. So, wie viel das hier. Weil wir zu wenig haben vom Gold. Viel zu wenig. Aber das dürfte sich bald getan haben. 5, 6, 7, 8, 25. Jupp, da warten wir jetzt noch einmal Gold ab. Wir können da einen Refined Workshop bauen. Das sollte nämlich ausreichend sein an der Stelle. Ich muss sagen, ich weiß nicht, ob ich es richtig mache. Ich habe keine Ahnung, ob ich das Spiel richtig mache, aber... Ich glaube einfach mal dran, dass das Team so ist. Verteidigung hier, Verteidigung dort. Lichter haben wir überall auch an. Die später noch ein bisschen gewaltiger werden. Mitnehmen und ab nach da draußen. 900? Ja, fehlt so ein bisschen was. Ja, Kitzika ist ein bisschen fehlt hier. Das muss zu sein. Das muss sowas von zu sein. Ähm... Wie wärst du mit dir verschwinden? Ja, das reicht nämlich. Und dann sagen wir stattdessen... Ähm... Ne, wir brauchen nochmal ein Upgrade, was so ist. Wir warten einmal, bis wir die Kohle haben diesbezüglich. Und dann müssen wir was vorbereiten dafür. Wir brauchen nur 20 Leute und 1000 Gold. Wenn wir 25 Eisen, das kriegen wir alles noch bei Summer. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Die Finsternis. Die Nacht der Nächte. Wir haben immer noch nichts. Ah, immer noch Eisenprobleme momentan. Okay. Wir haben hier noch kein Lichtchen, so wie es ausschaut. Okay. Etwas ungünstig, aber... Nichts, was wir nicht regeln können. Nichts, was wir nicht irgendwie regeln können. Da komm, da komm, da komm. Wunderbar, 25. Das wollte ich sehen, das wollte ich sehen. Einmal Advanced. Und die stellen wir... dorthin. Bast. Ist gekauft, auf die Art und Weise. Zwei davon hingestellt. Und ich glaube, mauertechnisch... Brauchen wir nichts ausrüsten. Passt soweit. Wir müssen es einfach nur durchboxen. Vielleicht finden wir ja nochmal ein bisschen Gold oder sowas. Oder wir bekommen es einfach so geschenkt, so wie es ausschaut. Ähm... Query ist ja eine Sache, aber wir brauchen auf jeden Fall hier noch... Yep. So, vibral brauchen wir hier das Licht. Ich bin ja froh, wenn wir überhaupt gar nichts von hier hin. Ich bin ja froh, wenn wir überhaupt überall ein bisschen was hinstelle können. Ähm... Noch mehr Bogenschützen. Yep. Haut die raus. Haut sie raus, als gäbe es kein Morgen mehr. Danke für die Nacht. Das ist was anstrengender, aber... Was? Würden wir sie gerne weiter probieren. Auf Dauer werden sie nicht glücklich damit werden. Sowas von gar nicht. Entflamen. So. Brennt sie nieder. Ah, guck mal her. Ich habe eine Goldmine soeben gefunden. Das könnte gleich interessant werden hier. Wieder durchboxen. Bitte einmal durchboxen. 400. Ist an der Tech. Macht nix. Wir haben es wieder repariert. Wir haben es repariert. Wir haben hier noch was und hier noch was. Okay, wir sehen hier auch schon was. Das heißt, wir können den Query wieder weiter ausbauen an der Stelle. Oder bist du? Du bist noch nicht fertig. Okay. Ach, weil der im Weg ist. Och, komm ernsthaft. Proceed with purpose. Okay, zuck, zuck, zuck. Das ist zu weit. Die ist ja schon ein bisschen arg zu weit in der Nacht. So. Da gucken wir lieber, dass wir quasi in der nächsten Runde ein bisschen was kaputt... Ah, Lüchen. Vielleicht noch. Weg mit dir und weg mit dir. Wunderbar. Yep. Weil ich möchte auch ein bisschen mehr bekommen. Und ich glaube, das könnte sogar Eisen sein. Okay. Alles Ziel. Hier dicht machen, dort dicht machen. Ab nach der drüben hin. Und den Rest auch noch quasi wegbekommen. Weil ich glaube, das wäre nämlich dann auch schöne Baufläche. Aber, das war so vieles mehr in der nächsten Folge. Bis dann, hoffe ich, hat viel Spaß beim Zuschauen. Also, ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Überlebenskampf mit dabei sein könntet. Macht's gut und wie immer. Tschüss. Und ich hoffe, das überleben wir auch. Untertitelung des ZDF, 2020